Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Jo, Schlinge, was geht? Heute sind die Jungs nicht da, wir gucken ja später das Topspiel Frankfurt gegen Bayern. Und heute Abend, also nach dem Spiel, so um 21 Uhr werde ich streamen. Jey! Ich habe mal ganz dezent zwei Stunden gepennt, Digga. Besser ist es. Ich werde gleich spazieren gehen. Mit dem Ehrenbruder hier. Auch wenn es draußen komplett am Abkacken ist und regnet, werden wir da noch ein richtig schönes Röntchen spazieren gehen, Digga. Und nicht vergessen, Digga, heute Abend um 21 Uhr live-stream ich wieder, Digga. Ich war zwar nur etwas über eine Woche gebannt, aber es fühlt sich, Bruder, ich freue mich da so heftig drauf. Ehrlich. So, ich räume jetzt erstmal nochmal kurz ein bisschen auf. Normalerweise hätte der Ehrenbruder Kylo heute bei mir gepennt. Und wenn Kylo bei mir ist, mag ich ihn nicht streamen, weil ich mich um ihn dann kümmern will. Und Ehrenweib Anna hat gesagt, ey, ich freue mich für dich, ich nehme den Hund heute. Also Gruß und Kuss. Kommt auf jeden Fall richtig weinheitliche Stimmung bei mir rüber, Digga. So, Fußball gucken. Heute haben wir mal nicht gegrillt, sondern was vom Italiener geholt. Holger ist am Start, frisst Scampis und da drüben, der Italiener hat es schon gegessen. Deswegen essen wir jetzt nur zu zweit und schauen Bayern. So, der Gartenzwerg-Skin ist draußen. Er sieht so süß aus, Bruder. Ja, vergesst nicht hier mit dem Supported Creator Code nur zu kaufen. Get on my level. Auf Ehre. Kostenlos. Freunde, er war ein hammermäßiger Stream. Er war nie weg. Genauso wie die Salami-Pizza, die ich mir leider noch reinziehen werde. Hoch. 20.03. Schlafrhythmus wieder on point. Man kennt ihn, Digga.